lassen. Es gibt immer wieder was Neues, aber die Jury, die kann das eben machen. Sandro Dalla Ave, der ehemalige Trainer der Italiener, ist hier der technische Delegierte und mein Freund Ernst Vettori, der ist hier der Assistent. Ernst, dem ja sein Arbeitgeber der Österreichische Skiverband, untersagt, dass er mit mir arbeitet als Co-Kommentator und das österreichische Fernsehen hat dort auch die Hand mit im Spiel. Das ist die Realität. Ja, 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 der Mann mit 21, Mathea, der Mann mit 21, 124 Meter, der hat schon ein paar gute Sprünge in dieser Saison gehabt, aber, aber wie gesagt, meistens nur einen meistens nur einen man könnte mal auch einen zweiten auch in falun war der erste sehr gut